Alles klar. Alles klar, machen wir richtig. Ich bin nur ein Mönch mit einem riesigen Schwert. Aber ansonsten bin ich nur ein Mönch. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Okay. Okay. Werden Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden, oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Wo? Ehrlich jetzt. Wartet. Es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Oh, es geht los. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinger Holt. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu. Vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt. Nur, dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Oh. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Okay. Cool. Schon so lange her. Ich bin nur ein harmloser Mönch. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein. Doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt. Da kommt jemand. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Jeher wir es haben, destoher können wir uns um diese Schakal aus Masjaf kümmern. Robert des Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Hm. Zurückhaltung, Alter Yir. Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Kredos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Okay. Gehen wir mal runter. Halt, Templer. Ihr seid nicht die einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das heilige Leid ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Hoppla. Okay. Männer, zu den Waffen. Tötet die Assassinen. Hoppala. Hoppala. Hopps. So. Kletter max. Ich liebe solche Spiele, wo man klettern muss. Ältere Gedächtnisabschlitte werden übersprungen. Was? Aber, aber, aber. Okay. Zahir, ihr seid zurück. Rauf, wie schön euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon ab. Ich danke euch, Bruder. Friede sein mit euch, Altair. Ja, ja. Und mit euch. Warum ist denn solche Eile? Warum ist denn solche Eile? Ja, wo will er denn hin? Ähm, ich glaube ich will da hoch. Ja, boah. Warum tut er das wohl? Ja. So geil, die Reaktion von den anderen. Was zur Hölle macht der da? Aber genau das würde ich mich auch fragen. Oh. Äh. Da lang. Ich verletze doch niemanden. Was ist denn in ihm? Wow, das war knapp. Alter, warum laufen da so viele? Da hoch? Oui. Er sollte keinen Ärger machen. Ich mach keinen Ärger. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Hm. Er ist also nicht gerade das Sinnbild eines Musterassassins. Der gute alter Irr. Dei. Welche Irr? Der Meister erwartet euch. Ich weiß. Meisterli. Meisterli. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Dreh dich doch mal in die Richtung jetzt. Ich schickte euch. Meinen besten Mann. Um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Der beste Mann. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten. Ich. Sprecht nicht weiter. Kein Wort mehr. Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein. Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? tot. Nein. Nicht tot. Malik. Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch. Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Einer? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier. Nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mir als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Masiaf. Oh. Also sucht in den Kampf. Nun gut. Ich werde ihn nicht abweisen. Geht. Sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Alter, ihr. Unser Gespräch wird wachen müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Gern. Spule vor vor aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Schau. Okay. Hier ist die Hölle los. Juhu. Jetzt geht's ab. Altair, gut, dass ihr da seid. Gebrauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Versteckte Klinge, Fäuste, Wurfmesser, Schwert. Okay. Wählen sie das Schwert. Hab ich doch. Was ist denn eins? Au. Ah. Nett. Alter. Ah, cool. Ich liebe Konterangriffe. Uh, das tat weh. Na komm. Au, ah. Na komm. Uh, ah. So, erledigt. Schluss jetzt so. Wo kommen denn mal die Dolch, wenn sie gut klappt? Das Schwert. Das ist nix. Oh.